Zurück zu meinem Video Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pocket Edition Sie weiß nicht ob Ihnen da auch richtig geschrieben ist Schreibt es doch in die Kommentare wenn es falsch ist Hat sie Pech ge- Ich peck schon nicht so schlecht dass ich die vorgesehen Manik Wir machen jetzt ein paar Fakken Ich habe keine Käsefüße du hast selber Käsefüße Oh Schwein Ein dickes Rindvieh Obwohl Schweine sind ja keine Rinde Eben Unlogisch Oh 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 Du Oh es wieder neu Use, ey Mann Lana Use Schweinli, Use wir mit Use ne mit Use Use Tuffischwein Tuffischwein Lana, wir sind in einem Let's Play das auf Youtube kommt Na Leute Schreibt mal in die Kommentare ob wir so im 30. 20. Part oder im 10. 20. Part sollen mit Rüstung anfangen Schreibt das mal in die Kommentare würde uns sehr interessieren Oder? Ja Ja, ich interessiert das gerade gar nicht Wie? Mama, ich bin am aufnehmen Was siehst? Was siehst? Okay Oh, Mikro, das ist jetzt feinlich Entschuldigung Leute Ich habe nicht eine Brille aber nicht mit Christ of Clance ah ja Pippa la pop Was geht's Mama? Ne, wir, Dann mach ich den Ofen nicht. Na, na, der zweite Ofen steht. Ja, wo kannst du das Glas reinhauen? Ja, kein Sand. Doch. Doch, du hast ihn rausgenommen. Wo ist Sand im Inventar? Wo ist es? Wo ist es? Der ganze Inventar? Nö. Doch. Nö. Doch. Irgendwo. Doch, da oben im Endeffekt. Nein. Mach nicht so lange, sonst mache ich auf mit ihm und let's playen. Ich kann jetzt auch aufhören und ich meine, sie mag ihn alleine weitermachen, gell? Kannst ja alleine weitermachen. So, wie gut ist denn dabei? Es kommt schon der doofes Krabbel. Aber ich muss kurz, ich muss mit meiner Schwester reden. Was mit dir los ist. Tschüss, bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017